hallo und herzlich willkommen zu sechs dimensionen in farbe heute habe ich zum allerersten mal auf einem kanal einen gast bei mir und zwar ist das der jascha vom kanal faith science also glaube und wissenschaft hallo jascha schön dass du hier bist hallo hannes vielen lieben dank für die einladung und ja dass ich jetzt auch sozusagen der erste sein darf der interviewt wird also vielen ja ich bin selber ganz aufgeregt ich habe ja so einen kleinen spickzettel und mal sehen wie ich mich wie ich mich schlage ich hoffe ihr bewertet das video trotzdem positiv am ende ich möchte heute mit dem jascha sprechen über ein thema über das ich auch schon häufiger gesprochen habe auf einem kanal nämlich das thema ufos aliens außerirdische aber ich möchte diesmal also ich möchte nicht immer das erklären was ich schon jetzt ein dutzend mal hier gebracht habe ich möchte mal eine andere perspektive ins spiel bringen und jascha hat sich viel befasst mit ja mit dem ganzen thema auch aus einem aus einer perspektive die man vielleicht ist so gar nicht erwarten würde und die gerade deshalb aber auch interessant ist vielleicht kannst du kurz zusammenfassen was zu nur ein paar stichpunkte was du auf dem kanal eigentlich für themen abdeckst und vielleicht auch kurz wie du dazu kamst ja also auf dem kanal versuche ich so ein konglomerat aus dieser alternativen historie der menschheit fragen die da eben auftreten habe viele videos über pyramiden gemacht und dingen die da halt immer so diskutiert werden das ist ebenso die eine perspektive die andere perspektive was letzte zeit habe ist auch die frage des bewusstseins was ist bewusstsein idealismus also dinge die einen da vielleicht dann beschäftigen und dann aber vermischt und das ist jetzt vielleicht das speziellere was nicht ganz so der standard ist vermischt mit christlich theologischen themen und da ist halt auch so mein background gewesen dass ich also religiös aufgewachsen bin ich war früher zeug jehovas bin da ausgestiegen aber habe halt immer noch so dieses christliche weltbild wenn auch verändert in vielen punkten so aber dass mich das eben sehr fasziniert und ich glaube auch dass das unterschätzt wird wie dinge die da in heiligen schriften sozusagen zu finden sind wie die mit dem mit der geschichte der menschen oder auch der frage des bewusstseins zusammen spielen und deswegen versuche ich das so unter eine haube zu kriegen irgendwie und ja themen zu mischen dann gleich mal die frage du hast also einen gewissen werdegang bei dir gehabt wie glaube ich wie glaube ich jeder der sich mit diesen themen beschäftigt aber wie sieht das aus bei ich sag mal in der klassischen in einer klassischen christlichen gemeinde welcher spielart auch immer spielt da das thema ufos außerirdische irgendwie eine irgendwie eine größere rolle als sag mal unter als an jedem anderen kreis ja da fragst du mich was weil so viele christliche gemeinden ich habe in den letzten zwei drei jahren in viele christliche gemeinden reingeschnuppert mir verschiedenes angesehen und so einfach um mal abzugleichen wie ticken alle so wie gehen sie da halt vor ich würde sagen im großen und ganzen ist das thema jetzt wirklich aliens außerirdische so non human intelligence ich würde sagen im großen und ganzen ist das thema eigentlich nicht da also ich habe keinen einzigen gottesdienst erlebt oder sowas dass da halt irgendwie solche themen mal aufgegriffen worden wären aus der perspektive ob es halt nicht menschen gibt die jetzt hier irgendwie gerade ihr unwesen treiben was interessant ist vielleicht das nur mal so als kurze story auch wie ich überhaupt auf das thema selbst gekommen bin weil das hat schon auch was mit einem religiösen kontext zu tun der nicht meine vergangenheit war da war ich damals auf einem größeren religiösen kongress in hawa auf hawaii und saß abends so wollte meine ruhe haben saß da am strand hat mir eine ukulele besorgt da habe auf die wellen geguckt und dann kam man auf mich zu hat mich gefragt ob ich die delphine gesehen hätte oder so hatte ich nicht keine ahnung er hat mir dann halt delphine da gezeigt die da wirklich waren und hatten dann haben wir uns länger unterhalten ich weiß nicht zwei drei stunden saßen war da war super interessant weil er mir dann erzählt hat ich kannte das damals nicht ich bin auch nicht sicher mehr ich weiß seinen namen nicht mehr der hat mir halt gesagt dass er neben seiner tauchlehrer ausbildung oder sowas die er gemacht hat auch für eine organisation gearbeitet hat oder arbeitet die unbekannte luftraum phänomene untersuchen vielleicht war es die move und ich weiß es aber nicht mehr in amerika genau ich habe ihnen halt erzählt von dem religiösen kongress da wo ich war und er hat mir halt gesagt so naja sein chef so der oder der da irgendwie halt in der abteilung irgendwie was über ihm war da sagte er er sieht zwar anders aber sein chef hat immer eher die verbindung gezogen christlich so der hat die dinge als dämonen eingeordnet und ich glaube da ist dann halt eine schnittmenge dass wenn man jetzt wahrscheinlich in so ja kirchen nachfragen würde oder bei gläubigen dass vielleicht viele das eher in eine entweder nicht glauben oder halt eher in die ecke schieben ja das ist vielleicht sogar was böses also dass es das so geben könnte das war damals aber für mich der auslöser überhaupt ich fand super interessant auch die dinge die er halt erzählt hatte mir dann das dann fing es halt an mit coast to coast so was zu hören und mich überhaupt mit der ufo thematik zu beschäftigen und habe halt für mich immer so schnittmengen gesehen zu den zu den theologischen biblischen themen das wäre jetzt auch die nächste das nächste thema es gibt ja in sowohl in der bibel als auch in anderen alten schriften heiligen schriften ich sag mal beschreibung von wesenheiten die nicht von dieser welt sind das finden sind dann also es sind dann wird dann als überirdisch meist beschrieben nicht als außerirdisch aber wie also hat das auch eine rolle gespielt für dich alte biblische texte in der hinsicht und was hast du dann noch hinzugezogen als du dann begonnen hast dich mit dieser ganzen ancient alien sache zu beschäftigen ja also das war für mich schon interessant ich finde es so faszinierend also wenn man sich jetzt das anguckt die begriffe die halt in der bibel da vorkommen angelos im griechischen oder malak ist hebräisch dann eben für diese wesen gibt auch andere begriffe in der kerube seraphe und so also wobei ich was ich da gelernt habe über die jahre ist dass diese ganzen begriffe eher job bezeichnungen sind also angelos ist boote wird auch für menschliche boden verwendet im neuen testament so aber eben auch für diese nicht menschlichen boden aber so oder so ist es ein job wenn ich ein boote bin es ist ein beruf so oder was ich gerade mache eine tätigkeit das heißt diese begriffe sind nicht eine bezeichnung einer spezies das fand ich damals eigentlich schon irgendwie auch bestechend dass für mich dann sozusagen die frage auftrat ja wie ist denn das dann also das was damals laut dieser alten berichte halt mit menschen in kontakt getreten ist gibt zu sachen dass dann abraham besucht bekommt von drei engeln so und die essen zusammen also dass die hatten körper und dass das halt für mich dann schon die frage war so ja sind das entitäten die halt körperlich existieren können aber nicht müssen also also sowas wie eben transdimensionales reisen so dass die im grunde genommen das was so heute bezeichnen würden moderner sind es entitäten die in den körper haben und irgendwie von anderen planeten auch da zivilisation existieren kann das sein sind es nur eine spezies oder verschiedene die da sozusagen mit dem job betraut wurden gerade boote zu sein oder dann eben auch bei den sogenannten dämonen oder anderen wesen da gibt es ja da gibt es sogar so bezeichnungen im bibelbuch daniel das ist wirklich abgefahren da werden dann fürst von persien und fürst von griechenland werden die genannt das sieht man aus dem kontext es geht um geistwesen so also als ob irgendwelche entitäten die da beschrieben werden über bestimmte nationen oder herrschaftsgebiete der erde sogar irgendwie in gewisser hinsicht kontrolle ausüben würden oder da was zu sagen haben gibt auch einen theologen michael heiser da habe ich viele videos auch zu gemacht der hatte auch auf eine passage hingewiesen gibt es sogar im alten testament für mose dass es eine zeit gab nach der flut geschichte so das wird dann aufgegriffen da wird gesagt zwar die zeit als gott die länder aufteilte gemäß der zahl der söhne gottes der elohim also kommt auf auf die übersetzung an die man heute liest in vielen übersetzungen steht was anderes aber im ältesten steht halt nach der zahl der söhne der elohim also irgendwie nach nicht menschlichen wesen oder sowas wurden nationen irgendwie verteilt bibelbuch daniel kommt das vor dass es halt fürst von persien fürst von griechenland gibt die irgendwie miteinander kämpften dann auch oder gegen michael und so also wirklich interessanter stoff wenn man eben heute so dann überlegen viele fragen sich ja gibt es da kontakte haben die einfluss auf politik und in der bibel kommen die themen vor und wie würdest du denn sagen wenn du jetzt der moderne berichte anguckst von modernen also ufo sichtungen begegnungen mit außerirdischen siehst du da parallelen könnte man könnte man sagen von den alten beschreibungen her könnte man den finger drauflegen und sagen das war das bestimmt oder ist das so verschieden damals beschrieben worden dass man das jetzt eigentlich ja das ist zwar fundierte hypothesen sind aber das ist man ist doch eher dass man eher viel interpretations spielraum da walten lassen muss ja ich werde vorsichtig also ich weiß was das beliebteste beispiel um zu sagen hier haben wir ein ufo in der bibel zum beispiel dieser wagen hesegels wo dann auch nasa wissenschaftler ja eine zeichnung zugemacht hat wie er sich das vorgestellt hat mit dem gerät da irgendwie wie er halt diese texte interpretiert ich sage ich bin da vorsichtig weil zum einen halte ich für sinnvoll diese alten texte als das zu nehmen was sie sind nämlich bestimmte dokumente der damaligen zeit die einen bestimmten adressaten hatten meistens dann das volk israel und dass man sich halt immer wenn ich mit literatur zu tun habe dann muss ich mich immer fragen was ist das gerade für eine textart also so wie jetzt heute ich würde einen zeitungsartikel und liebesbrief nicht gleichsetzen oder eine anleitung für irgendwie einen dvd player oder sowas oder die playstation wäre auch wieder was anderes und wenn ich jetzt irgendwie einen liebesbrief nehmen würde und ich würde daran gehen wie an die anleitung der playstation oder an eine anleitung was zusammenzubauen das könnte ich machen aber dann tue ich dem liebesbrief gewalt an ich könnte dann sagen ja das und das hier das ist symbolisch die worte bedeuten aber in wirklichkeit ich muss es mechanisch verstehen auch bei der schöpfungsgeschichte wird das oft gemacht dass man versucht die dinge mechanisch zu erklären obwohl es aus meiner sicht eine andere textgattung ist ein tempeltext aber deswegen beim thronwagen hezekiels hat dann zum beispiel der nasa wissenschaftler ausgeklammert dass da halt auch gestalten beschrieben werden die damals den vier sternbildern in babylon wo die ganze szenenübung stattfand da gab es nord süd west ost gab es halt vier sternbilder stier löwe mensch und adler diese vier sternbilder die einfach sozusagen die himmelskoordinaten dargestellt haben die kommen auch in antiken babylonischen zeichnungen vor also da haben wir heute einfach genug funde wo diese symbolik zu finden ist für eine darstellung des kosmos so des himmels über uns und so und die dinge klammert zum beispiel der nasa wissenschaftler aus der hatte sich da an alien vier köpfen plötzlich gehabt so und da meine ich halt man muss aufpassen dass man dem text nicht gewalt antut sondern dass man halt auch wirklich guckt wo sind kulturell religiöse dinge angesprochen auch freund von mir das passt oder beschäftigt sich mit astro poesie astro theologie mit dingen die am sternhimmel damals sehr relevant waren und wie die halt im text gegossen wurden also da aufpassen bei anderen sachen würde ich so weit gehen und sagen hier haben war verrückte phänomene die damals aufgeschrieben wurden in den texten die unter umständen was mit dem phänomen zu tun haben beispiel vielleicht jetzt ein sehr schräges beispiel bei der skinwalker ranch diese forschung die es da gab gegen paranormalen phänomen auch da hat ja mal ein wissenschaftler zu einem anderen irgendwie plötzlich was gesagt als wäre der besessen so eine ganz kurze aussage irgendwie wir beobachten euch oder irgendwie sowas oder irgendwie was gab es da ist in dem buch festgehalten und das sind ja zum beispiel sachen die auch dann im altertum vorkommen also wirkliche besessenheitsphänomene nicht nur kurz sondern halt irgendwie übernahme von bewusstsein sogar durch solche entitäten wie auch immer diese zum dann zu benennen sind genau also das ist halt im ganzen neuen testament massiv zu finden diese thematik eben dass besessenheit da dargestellt wird als ja eine wirkliche übernahme von halb nicht menschlichen intelligenzen war dann im pathologischen sinne oder einfach dass dann der der boote sozusagen dass der boote durch den menschen spricht genau also was man jetzt auch channel so nur dass das halt nicht gewünscht also bei dem gesessenheits phänomen aber das ist eigentlich der mensch als schnittstelle oder das menschliche bewusstsein irgendwie als schnittstelle oder der körper als schnittstelle zu etwas nicht materiellem das sind sachen die kommen vor oder was auch vorkommt dass es dann im buch henoch jetzt nicht in der bibel außer bei den äthiopischen bibel das ist mit drin aber buch buch henoch da wird beschrieben wie gottessöhne wie bei der flut flutsage ist das dann oder flutgeschichte ist das auch dass vorher gottessöhne auf die erde kamen sich frauennamen nachkommen hatten irgendwie hybride hervorgebracht haben und das ist im buch henoch halt noch genauer beschrieben hat seine ursprünglich glaube 400 vor christus oder sowas oder aber ist die frage wie alt ist dann wirklich die überlieferung davon aber da sind halt so dinge drin dass dann diese entitäten die auf dem berg hermon runter kamen einen pack geschlossen haben dann vor hatten die menschen auch zu lehren so lehrmeister zu sein für die menschen und sie gelehrt haben in sowas wie metallverarbeitung schminken waffen herstellen aber auch sowas wie astrologie also auch eher so andere phänomene dann noch da ist eben auch wieder der punkt das könnte man schon sagen an der stelle da sind wesen die nicht menschlich waren irgendwie runtergekommen und interagieren mit menschen kommt in der bibel nicht gut weg die ganze geschichte aber ist ja eigentlich ein thema was man aus ganz vielen kulturellen überlieferungen kennt aus rund um die um die welt eigentlich ja genau das ist halt auch wo man sagen kann dass die bibel diese dinge eher sag ich mal negativ darstellt wo zum beispiel die babylonischen sagen mythen legenden die da sind oder auch die ägyptischen wo die ja eher die götterwelt und diese entitäten halt als in anführungszeichen positiver darstellt nicht alle aber diese helden der vorzeit so oder die da oder halb götter kommen bei anderen besser weg in der bibel wird es eher teils polemisch gegen die damaligen völker argumentiert dass dann eher dinge aus babylon zwar aufgegriffen werden thematisch wie diese sternbilder in hezekiel und so die beschreibung diesen babylon gab aber eher dann gesagt wird das hat nichts mit den göttern babylon zu tun sondern nur jahwe so der kontrolliert den kosmos ja ja man merkt es sind doch also die 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 art der sprache und der symbolik die verwendet werden wandeln sich natürlich unglaublich über die zeit aber man erkennt doch dass das was womit wir es zu tun haben in der modernen ufo forschung dass es keine neuen phänomene sind wir beschreiben es bloß heute anders ich benutze dafür natürlich immer burkhard heim aber je nach je nach 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 mythologischen geistigen philosophischen philosophischen hintergrund hat man begriffe gefunden und und symbole gefunden um über dieselbe sache zu reden das interessant und waren auch viele sachen die ich jetzt zum ersten mal gehört habe von von dem von dem hintergrund den du genannt hast ist auch was du sagst mit der begrifflichkeit schießt mir gar noch durch den kopf dass ich mich selbst jetzt auch letztens war ich wirklich erstaunt ein buch ich kriege den autor nicht mehr zusammen sind katholischer autor das heißt irgendwie auch das buch der katholische glaube und außerirdische und der hatte auf der soul foundation falls jemand was sagt also da gibt es halt auch einen vortrag von ihm dann veröffentlicht ist auf jeden fall hat er in dem buch zusammengetragen wie weit es zurückgeht dass sich seit den frühen kirchenvätern auch davor also auch bei den alten griechen schon und so weiter aber auch bei den frühen kirchenvätern wo man noch gar nicht wussten da draußen sind planeten trotzdem haben die sich schon gedanken darüber gemacht gibt es neben menschen noch andere wesen die bewusst sind freien willen haben und so weiter antipoden oder sowas als gab es so die vorstellung dass auf der rückseite sozusagen der dieses dieser vorstellung der erde der flachen damals dass irgendwie auf der unterseite antipedes oder antipodes gegenseitige füße dass da vielleicht wesen leben könnten die aber keine menschen sind und was wird das dann bedeuten über diese großen fragen also da gab es auch wie du sagst begriffe und ideen haben sich auch über lange zeit immer mal wieder verschoben immer mal wieder ein neues licht gerückt neue fragen wieder aufgetaucht sind ja was wir im letzten vor allem im letzten seitdem seit den david grusche erhöht enthüllungen erleben soll im letzten jahr ist ja so ein kulminations punkt wo sehr viel mittlerweile zusammenkommt wo es auch stückchenweise zumindest bekannter und bekannter wird du hast das thema auch verfolgt du hast auch auf seinem kanal ein paar videos dazu gemacht zu diesen 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 interviews in anhörungen und ja wie hat das möchte ich erstmal allgemein fragen wie hat das auf dich gewirkt damals und wie wie schätzt du das ganze thema ein aus auch aus sicht aus aber wir kommen gleich zu den konsequenzen wie schätzt du erstmal das thema allgemein ein oder die situation in der diese diese forschung dieser forschungszweig sich befindet ja das gute hier auf dem kanal die zuschauer sind da ja auch alle super offen dann für die ganzen fragen das heißt ich denke alle die hier zuhören oder ein großteil von denen die zuhören werden das thema nicht unterschätzen denke ich mal aber also hier in deutschland wird das thema ja einfach sonst unterschätzt was da gerade drüben passiert so seit 2017 ja massiv also seit der veröffentlichung damals eben von ersten videos hier die dann rauskamen und washington post new york times und so weiter also dass da die sache ja auch wirklich in mainstream medien angekommen ist auch im fernsehen also ich halte die ganze sache für höchst glaubwürdig dass da was im gange ist was für mich rückblickend auch noch mal interessant ist ja der vorhin die hawaii story erzählt dann habe ich damals eben oft abends so im bett irgendwie noch mir wie gesagt coast to coast angehört oder irgendwie weiß ich nicht radiosender aus den usa wo halt auch so themen behandelt wurden auf jeden fall wurde damals der tom de long interviewt der den kannte ich nur von blink 182 also von einer band halt und der kam dann ja an und hat irgendwie gesagt so ich bin jetzt im gespräch mit irgendwie mit hohen militärs und wir reden darüber wie man die ufo thematik nach und nach veröffentlichen könnte und hat dann da so seine ideen geäußert dass es wichtig wäre die dinge auch so zum beispiel in dokumentation dokumentationen oder nach und nach so ein programm zu starten um sachen freizugeben damals war das alles noch so jaja achit mal so war ich kritisch schon so ein bisschen bei ihm dann kam es jahre später ja eben mit louis alisando und der to the stars academy auch dass es rauskam das stimmt der hat das beruhte auf fakten der hat die leute zusammen getrommelt und die haben da was gegründet und das war für mich halt so eine bestätigung schon mal zu sagen okay da ist schon was jetzt länger im gange wegen freigaben auch und was mich letzte zeit hat neben der sache in amerika david crush und co auch was sich interessant finden noch mal wegen tom de long und seinen aussagen damals im radio jetzt mit meiner freundin wieder netflix dokus über aliens außerirdische phänomene zimbabwe dieser ufo fall mit den kindern da da sind wirklich gute dokus jetzt da wirklich interessant gemacht wo die fälle neutral vernünftig beschrieben werden nicht irgendwie wo sondern halt wirklich seriöse seriöser journalismus aus dem amerikanischen raum für mich fühlt sich so an als ob diese dieser prozess läuft dass das was bei david crush passiert ist wo es ja auch vorher gesetz verabschiedet wurden damit er wird als whistleblower so sozusagen die veröffentlichung rausgeben kann also dass dann ein prozess läuft der der ernst zu nehmen ist also das ist so meine beobachtung und meine beobachtung ist da gar nicht viel wert da gibt es leute die sind viel schlauer und viel tiefer in der materie ich verfolge viel hier robert fleischer und halt mit seinem neuen buch und die ganzen sachen die da drin sind also oder richard dolan so amerika halt also da gibt es leute die dienst das täglich brot aber wenn man sich damit beschäftigt man muss es ernst nehmen also ist nicht mehr einfach nur dass tante erne halt was komischen punkt am himmel gesehen hat sondern da sind einfach hochrangige militärs augenzeugen piloten geheimdienst leute die das alle ernst nehmen also das ist mein gefühl eindruck dazu zu der frage jetzt möchte ich noch mal auf die du hast das stichwort schon in der hawaii story genannt worauf ich jetzt kommen möchte der dieser mann den du getroffen hat es hatte dir gesagt dein seinen chef oder dessen chef betrachten das ganze als irgendwie dämonische entitäten teilweise und das ist ja auch eine einstellung wie wir gehört haben aus informierten kreisen die bei hohen offiziellen im pentagon über zumindest über der vergangenheit über lange zeit vorherrschte auch bezüglich der skinwalker range das da also nicht weiter geforscht werden durfte weil man das als dämonische kräfte eingeordnet hat weil man vielleicht sogar persönlich sich davon bedroht fühlte angst hatte aus ja möglicherweise auch religiösen gründen hast du das gefühl erstmal das ist jetzt wirklich eine frage für wo wir auf dein auf dein wissen über die theologischen hintergründe und so die gesellschaftliche entwicklung auch wo ich darauf hinaus möchte also hast du das gefühl dass sich etwas gewandelt hat in den letzten jahrzehnten auch in für sehr religiös eingestellte menschen werden solche dinge also ist man lockerer geworden sieht man die welt weniger in gut und böse eingeteilt oder weil wir sehen ja dass diese diese einstellung weniger und weniger zieht es ist schwieriger und schwieriger die sache unter dem deckel zu halten ist man einfach ist da einfach selber entsteht einfach selber mehr offenheit sind in der minderzahl aber gibt es also noch mal den punkt gibt es einen wandel in dieser angstvollen ablehnung dieses themas auch aus religiöser sicht des ufos themas ja was dass man ist also etwas böses einordnet das wäre mal interessant wie es halt außerhalb deutschlands ist weil wie gesagt ich glaube eher in deutschland ist ein nicht thema so in den religiösen kreisen vielleicht ist es außerhalb deutschlands dann anders das weiß ich aber tatsächlich nicht wie es da eben so aussieht aber ich finde halt ein paar also ich könnte mir vorstellen dass dann es gibt auch jetzt eben diese theologen die sich mit der thematik wie gesagt auseinandersetzen von dem wo ich das buch gerade angeführt hatte der beschäftigt sich ja wirklich intensiv damit auch und sagt halt auch selbst ja klar jetzt nur für die seine christen oder sowas nur seine glaubungsgeschwister und so wenn die das halt als dämonisch einordnen oder so dann sagt er ja klar er sieht eben auch dass es an bestimmten punkten wie zum beispiel die besessenheitsphänomene hitchhiker phänomen auch was bei skinwalker range war ich nehme mir das mit nach hause diese spuk phänomene das kennt man halt im christlich theologischen auch aus dem aus okkulten dass leute was zum beispiel von irgendwie ja irgendjemand mitbekommen haben irgendwelche gegenstände oder sowas okkulte gegenstände oder so sondern ist da irgendwie spuk phänomen sowas also so dinge gibt es da die kommen vor die sind irgendwie schon art verwandt also da diese eher als negativ als dämonisch betrachteten aspekte des ganzen wobei der theologe da eben auch dann gesagt hat naja aber das sieht so aus dass es eben längst nicht bei allen sachen so ist also warum muss es nur ein themen ein phänomen sein was da gerade passiert also es kann ja sein dass halt an dem ein fleck der erde skinwalker range oder andere orte dass da halt bestimmte phänomene auftreten und eher durchdringen oder mit menschen interagieren das aber dann halt vielleicht ufo sichtungen abgestürzte ufo strümmerteile die man hat und so dass es sich darum anderes phänomen wieder handelt also dass man da auch also ich denke man sollte sich nicht festlegen aktuell weil es es gibt ja keine perfekte erklärung auch jetzt für christen nicht also jetzt einfach zu sagen es alles dämonisch wäre halt irgendwie viel zu zu einfach zu banal das ist so mittelalterlich gedacht irgendwie das ist übrigens auch bei mittelalterlichen theologen schon gewesen dass die gesagt haben naja wer sind wir denn sozusagen die allmacht gottes einzuschränken warum sollten denn nicht andere wesen außer uns noch gemacht haben also das ist so ein starkes theologisches argument oder auch wenn leute sagen ja bei aliens kommen in der bibel ja nicht vor so wenn christen das dann sagen vielleicht auch so kreisen ja gut dinosaurier auch nicht aber trotzdem wissen wir dass es die gab da haben wir die knochen gefunden bakterien kommen auch in der bibel nicht vor und trotzdem wissen weil die sind da also das ist auch kein kein argument es werden oft sehr schwache argumente daran angeführt und das hat schon eine große tiefe diese fragen halten und ich denke wenn die veröffentlichungen weitergehen und irgendwann hoffentlich nach deutschland auch mal rüber schwappen akzeptiert werden dass die größeren kirchen eigentlich nur ihre schubladen öffnen müssen weil die ganzen themen sind schon diskutiert das wäre jetzt auch das nächste die nächste frage auf die ich hätte die ich zu sprechen gekommen wäre wenn es denn für disclosure gebe viele haben ja befürchtungen geäußert in der vergangenheit dass das also dass der ontologische schock zu groß wäre dass da dass das die religion alle ihre moralische autorität verlieren was ja gar nicht unwichtig ist wie siehst du das ja die frage ist für mich dazu erst was bedeutet full disclosure also dass die gut dass sich jemand dass sich jemand von offizieller seite hinstellt und sagt ein präsident oder hoher oder minister wenigstens von einem nicht unbedeutenden land und sagt ja ja beobachten die phänomene seit 80 jahren und die wahrscheinlichste hypothese ist dass es fremde intelligenzen sind woher auch immer die kommen in der art und wir bestätigen jetzt offiziell das und tut uns leid dass wir in den letzten jahrzehnten so 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 destruktiv dem thema umgegangen sind so so in der art ja ja deswegen trotzdem so da denke ich halt okay welches ausmaß hat dann wenn das full disclosure ist könnte ich mir vorstellen also mit diesem das wahrscheinlichste ist das punkt 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 glaube ich dass ganz viele leute ihre kognitive dissonanz so nutzen würden dass sie einfach sagen ja gut es könnte sein kann aber auch anders sein also dass da halt schon das wäre nicht weltbild verändernd genug glaube ich deswegen glaube ich das ausmaß von disclosure also wie weit halt wird veröffentlicht ich denke wenn man jetzt wirklich hingehen würde und sagt so regierung sind in kontakt mit außerirdischen sind was übrigens bei david rush interessant war dass er einmal gefragt wurde ob er davon wüsste dass ausländische regierung mit nichtmenschlicher intelligenz in kontakt treten oder sind hat er gesagt nein und dann später wurde das noch mal gefragt so ob er weiß dass die amerikanische regierung mit nichtmenschlichen existenzen in kontakt ist da hat er gesagt kann ich nichts zu sagen müssen im skiff kann ich dann also dieser unterschied interessant also deswegen wenn full disclosure bedeuten würde so nicht nur beste erklärung sondern wir sind uns sicher diese anderen entitäten existieren wir sind in kontakt vielleicht sogar oder die kontakte gab es wir haben objekte davon also wenn es wirklich ein fakt ist der einfach so knallhart belegt ist dann glaube ich wird es interessant also dann denke ich dass ja eben auch religiöse menschen sich da natürlich als thema glauben dann da muss man sich überlegen wie bekommt man es integriert ins eigene weltbild und abseits der anderen ganzen großen fragen die da natürlich sich auftun so also hier wirtschaftlich politisch und so weiter aber diese frage jetzt dann bei jemandem der religiös ist okay der große plan gottes mit der menschheit der gerade geschrieben wird sage ich jetzt mal aus der christlich theologischen sicht das ist halt da womit ich mich beschäftige da ist ja dann diese sache so ja dass der mensch in gewisser hinsicht irgendwie so ein defekt hat in seiner beziehung zu gott irgendwas stimmt da nicht so sünde also irgendwie wird das ja so beschrieben dass irgendwas eine geschichte wird mit der menschheit gerade geschrieben teilweise durch boten die haben interagiert und da wäre natürlich die frage ja geht das heute weiter also sind diese prozesse da irgendwie die mit der menschheit geschrieben werden die geschichte ist die im gang weiterhin durch das was wir da so als phänomen wahrnehmen durch diese intelligenzen also sagst im prinzip was uns überliefert ist so merkwürdig ist auch beschrieben wurde ist eigentlich etwas was heute dann weiter mit uns geschieht und diese boten also nach wie vor da sind es ist eine option zumindest die man dann halt ja mit einbeziehen könnte ist wirklich interessant in dem buch da also das halt auch gibt leute die sagen naja gut schlecht uns einfach nur beobachter von dem was hier passiert sozusagen die erde ist unter quarantäne weil der mensch völlig außer rand und band ist und sich von seiner eigentlichen existenz als zu einem großen bewusstsein gehörend irgendwie so distanziert hat und so irre gegangen ist dass hier einfach sozusagen die sache geklärt wird und es gibt beobachter des ganzen also dann eben andere intelligenzen andere spezies wären hier um einfach nicht nur aufgaben zu haben vielleicht auch einfach als beobachter dabei zu sein also es gibt so viele möglichkeiten dass im religiösen kontext eigentlich ganz gut also das wäre jetzt kein kein bruch mit dem glauben auch der ursprung dann von den existenzen wäre interessant also ist das auch eine biologische evolution gewesen sind die aus anderen dimensionen wenn es dann transdimensionales reisen ist wie ist das zu verstehen also das sind aber denke ich wie gesagt bei dem historischen punkten ist das jahrhunderte alt diese fragen auch jahrhunderte alt diese fragen jetzt wirklich nur christlich wieder so ja wenn jesus dafür menschen gestorben ist ist der dann auch für die außerirdischen gestorben ist eine alte frage ist nichts neues da gibt es schon genug schriften drüber die einfach verschiedenste möglichkeiten offenlegen wie man mit der frage umgehen kann also ist es ist eigentlich nur unsere unsere ganz übliche einengung auf auf die gegenwart unser vergessen von von wirklich alten gelehrten auch die uns da so blind macht in dieser hinsicht ich glaube schon also ich glaube schon und ich würde sogar sagen dass diejenigen die religiös sind oder spirituell sind will jetzt gar nicht nur christlich sondern halt generell spirituell religiöse menschen und so dass man da trotzdem so ein bisschen in die falle der aufklärung getappt ist und ich meine das jetzt die ist super also da gibt es ganz viel positives bei der aufklärung halt irgendwo dass man sich von traditionen auch gelöst hat man hat das kind mit dem bade ausgeschüttet vielleicht teilweise genau also die ganze sache ich fand es auch interessant überhaupt die wissenschaftliche methodik wenn man da hinterher guckt wo kommt die eigentlich her die kommt eigentlich so aus dem also wenn man da religionshistoriker fragt oder oder wissenschaftshistoriker ist der hintergrund die alten griechen hatten ja noch nicht diese wissenschaftliche methodik entwickelt die hatten andere vorstellungen vom kosmos und eigentlich durch diese christliche idee dass gott sozusagen gesetzmäßigkeiten hat die er festgeschrieben hat da waren halt die ersten vorreiter in der wissenschaftlichen methodik das waren christen hier occams rasiermesser oder so was also daraus kam eigentlich diese methodik aber wie du sagst dann hat man nachher das kind mit dem bade ausgeschüttet und ich denke dass es gesund ist vielleicht auch da dann dieses komplett physikalistisch materialistische weltbild dass das alles wäre diese idee die hinter sich zu lassen und das gilt auch für für gläubige leute die da vielleicht auch zu tief reingerutscht sind in dieses atome und das ist die eigentliche wirklichkeit die substanz aus der alles besteht ich denke da ist man das ist so eine kleine falle in die man da getappt ist das ist ja dieser beschreibst den den galiläischen verzicht als man sagte wir 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 vergessen jetzt mal wir klammern mal die metaphysik bewusst aus und konzentrieren uns nur dann auf das was wir messen können und aber keiner von den protagonisten nicht galilä auch nicht newton ganz lange war es für alle naturforscher klar natürlich gibt es einen einen ordnenden schöpferischen geist im hintergrund und es kam mir erst so mit dem ja vor 150 jahren dieser positivismus auf dass das so so übertrieben wurde genau es gibt noch diesen es gibt diesen relativ wegweisenden artikel von anton und schätze 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 der im jahr 2000 oder so wurde der schon veröffentlicht veröffentlicht der state sovereign and the ufo dass der der das staatliche souverän und das ufo fand ich sehr spannend vor allem dass es in einer politischen fachzeitschrift veröffentlicht wurde damals es geht da gar nicht um die frage wer den artikel nicht kennt geht gar nicht um die frage gibt es ufos oder nicht sondern wie geht der moderne was das problem mit dem modernen staatsverständnis weltverständnis dass wir mit dem problem mit dem phänomen ufo haben nämlich ist dann plötzlich nicht mehr der der präsident oder der kanzler das höchste wesen im universum sondern gibt es welche drüber und die these wird auch aufgestellt dass es eigentlich für theologische oder theokratische gesellschaften einfacher ist weil da wird die die existenz von höheren wesen ja vorausgesetzt ja würde ich also persönlich von meinem gefühl her aber wie gesagt ist jetzt auch ein ich habe den artikel also das nicht gelesen aber ich gehe eigentlich für mich selbst auch davon aus dass das leichter ist diesen switch zu machen weil ja theologische strukturen dieokratische strukturen also menschen die halt irgendwie da eh an was höheres glauben in welcher form auch immer akzeptieren dass sie nicht die spitze der nahrungskette sind also da ist auch immer mit diesem damit geht eine gewisse demut einher zu sagen ich das ist nicht das weisheits letzter schluss was wir jetzt hier gerade machen als menschen und ich muss lernen vielleicht sogar mich verantworten in gewisser hinsicht für mein handeln wer weiß also wie auch immer man das dann halt deutet aber glaube ich auch dass ja für komplett gesellschaften wo das eben gar nicht ist es ist vielleicht der schwierigere wandel vielleicht für die westliche welt im gegensatz zur asiatischen auch oder sowas ich weiß es nicht je nach ländern oder sowas dass da vielleicht mehr dinge aufbrechen auch überhaupt die frage des weltbildes dann also von dem was ist realität was ist die wirklichkeit ist die größer jetzt eben heimtheorie die großen fragen die dann dahinter stehen auch sind unsere vier dimensionen hier eben nicht alles und wenn ja wie geht es dann weiter darüber hinaus was ist was bin ich was ist bewusstsein überhaupt große fragen die dann sich anschließen eigentlich und ich denke das kann auch hier und da ein bisschen wachstumsschwierigkeiten erwachstumsschmerz das sind eigentlich die fragen die dann noch viel weiter führen werden für zu denen wir vielleicht auch mal noch noch eigene sendung machen werden wir beide zusammen ich denke das war auch ein gutes schlusswort von dir ich möchte mich ganz herzlich bedanken dass du da warst für alle die faith science noch nicht kennen geht zu jascha auf den kanal ist unten verlinkt abonniert ihn auch und ja ich bedanke mich noch mal bei dir und ich wünsche euch weiter viele neue erkenntnisse beim nächsten mal in sechs dimensionen in farbe